Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute zeige ich euch wie ihr einfache Animationen erstellen könnt und zeige euch die Grundlage für alle Effekte. Im heutigen Video geht es um Keyframes und das ist wie schon gesagt der Grundstein für alle Effekte und Animationen. Egal ob es jetzt 2D Geschichten sind, Bildeffekte, Textanimationen, 3D, alles fängt mit Keyframes an. Es ist auch komplett egal welches Videobearbeitungsprogramm ihr benutzt. Keyframes spielen in jedem Programm eine wichtige Rolle. Sei es Adobe Premiere, After Effects, Avid, Final Cut, Sony Vegas und 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 und. In jedem professionelleren Programm könnt ihr mit Keyframes arbeiten. Aber was genau sind eigentlich Keyframes? Keyframes sind zeitliche Ereignispunkte, die den Start und das Ende einer Animation darstellen. Aber wie sieht das jetzt zum Beispiel aus? Ich erstelle hier einfach mal einen Text, Standbild, ok, Animation, bisschen größer darf er sein, schiebe ihn ungefähr in die Mitte hier, zack, zack, Mitte, füge ihn in meine Sequenz ein und habe hier den Text Animationen. Wie ihr seht passiert nichts im Bild. Er bewegt sich nicht, er wird nicht größer, nichts passiert. Jetzt möchte ich aber, dass der Text zum Beispiel größer wird. Das ist ganz einfach, dafür gehe ich auf den Text rauf, in die Effekteinstellung, Bewegung, an den Anfang des Textes, jetzt zum Beispiel, drücke bei Skalieren auf diese kleine Stoppuhr. Damit beginnen wir die Keyframe Animation. Jetzt ist er auf 100%, das ist ok. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter, einfach so in die Mitte circa und mache jetzt einfach mal 200. Zack, ist er auf 200 gesprungen. Und jetzt zwischen diesen beiden Keyframes entsteht so eine Art Rampe. Da seht ihr, dass der Text kontinuierlich vergrößert wird. Ich spiele das jetzt mal ab. Das müsste man natürlich noch rendern, dann würde das noch flüssiger aussehen. Aber ich glaube, man versteht, um was es hier geht. Wichtig ist, dass ihr diese Stoppuhr nicht noch einmal drückt, weil damit löscht ihr alle Keyframes, die ihr hier gesetzt habt. Außer ihr wollt natürlich alle Keyframes löschen, die ihr hier gesetzt habt. Das Setzen eines Keyframes ist sehr einfach. Im Grunde genommen braucht man einfach nur an irgendeine Stelle mit diesem Cursor hier gehen und verändert hier den Wert. Mache ich einfach mal hier 250, drücke auf Enter und schon erscheint hier ein Keyframe. Eine andere Methode wäre zum Beispiel, dass ich hier diese kleine Raute klicke und dann einen Wert eingebe und irgendwo hin klicke. Ihr habt auch jederzeit die Möglichkeit, bestimmte Keyframes nochmal zu verändern oder sogar zu löschen. Also wenn mir zum Beispiel dieser Keyframe hier nicht gefällt, dann kann ich ihn einfach löschen. Ich klicke drauf, er wird gelb markiert und ich drücke auf der Tastatur auf Entfernen. Damit ist er weg. Oder ich kann zum Beispiel einen Keyframe einfach verändern. Damit gehe ich auf einen anderen Keyframe, hier zum Beispiel auf den. Mit den Pfeiltasten kann man übrigens von Keyframe zu Keyframe springen. Gehe jetzt hier an diese Position und mache aus 200 150. Enter. Und damit ist dieser Wert auch verändert. Natürlich sind das hier nur Beispielwerte. Ihr solltet euch vorher Gedanken machen, was ihr genau haben wollt und könnt dann selbst mit den Werten ein bisschen rumexperimentieren. Und ganz wichtig, man kann mit Keyframes nicht nur die Größe eines Textes verändern, man kann Keyframes auf so ziemlich jeden Effekt anwenden. Und das möchte ich euch jetzt in einem anderen Beispiel zeigen. Ich habe jetzt hier ein Bild von einer jungen, hübschen Dame. Und dabei möchte ich, dass das Bild sich bewegt, am Ende ausfadet, also abgeblendet wird und dass der Schluss unscharf wird. Wie mache ich das jetzt? Erstmal mache ich das Bild ein bisschen größer. Sollen wir mal 55? Ja, das ist ganz gut. Setze bei Position den ersten Keyframe, indem ich auf diese Stoppuhr klicke und bewege das Bild in diese Richtung bis zum Schluss. Ja, so, gehe bei ca. 3 Sekunden hin, setze den nächsten Keyframe und bewege das Bild in die andere Richtung. Ja, so ein bisschen, dass man noch die Haare sieht. Genau. Jetzt haben wir schon mal die Bewegung. Jetzt möchte ich, dass es ab der dritten Sekunde unscharf wird. Dafür nehme ich mir aus den Effekten den Gaussian-Weichzeichner. Setze bei der dritten Sekunde den ersten Keyframe und bei der vierten Sekunde ca. setze ich den nächsten Keyframe, beziehungsweise ich gebe einfach einen Wert ein und klicke auf Enter. Kanten wiederholen auch. Und dann haben wir schon mal, ihr seht, es verändert sich. Es wird von scharf zu unscharf. Und jetzt möchte ich, dass ab der vierten Sekunde abgeblendet wird. Dafür könnte ich mir bei den Effekten natürlich eine Blende nehmen, aber ich will es euch so zeigen. Also gehe ich auf Deckkraft. Hier ist die Stoppuhr schon an, deswegen mache ich hier einfach nur ein Keyframe. Und gehe zum Schluss des Clips, letztes Bild, nächsten Keyframe und setze die Deckkraft von 100. Auf 0%. Nicht rendern. Und zack, habe ich die komplette Animation gemacht. Das hätte mich jetzt, wenn ich es nicht nebenbei noch erklärt hätte, vielleicht 10, 15, 20 Sekunden maximal gekostet. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das Bild bewegt sich. Es wird unscharf. Und abgeblendet. Fertig. Das Video soll euch einen Einblick in die Keyframes, Effekte und Animationen liefern. Ihr könnt Keyframes, wie gesagt, auf alles mögliche anwenden. Und Keyframes sind der Grundbaustein für alle Animationen, die ihr machen wollt. Wenn euch das Video gefallen und vielleicht sogar noch geholfen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Teilt das Video mit all euren Freunden. Checkt auch nochmal einen anderen Kanal aus. Michael Suminski. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Da gibt es gerade ein neues Video. Sehr geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.